hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft together auf dem damakash server mit us reiter hallo und recht herzlich willkommen genau wir bauen hier die kathedrale ist ja nichts besonderes wir spielen gerade dachdecker weil jetzt muss das dach dran und ich brauche noch ein bisschen eisen weil wir müssen ja jetzt uns um das holz kümmern also was ich irgendwo finde hast du für mich einen eisenteil noch oder so ich hab dir gerade was hingeschmissen habe ich das schon aufgehoben ja inventar ja tatsächlich dann ist alles gut ich habe ein paar texture nicht okay was brauchte ich zwei eisen für eine pickaxe oder drei nicht bekackst falsch doch doch rollt auch drei das andere ist das ding akka bau betreiben das ist eine hacke genau fiel mir gerade doch nicht ein so ich gehe mal suchen wo ich das brauchte mal das akazier glaube da brauche ich gar nicht so suchen vom weiten würde ich sagen das hände ist meine reiche aber ich glaube nicht dass es so ist ich würde jetzt gerne nachgucken ob ich noch ein textgepick drin habe was ich drunter legen kann weil die paar texturen halt fehlen aber ich habe angst dass es dann so ewig lädt bis es drin ist woran erkenne ich die eiche die ist dunkler als normale eiche vom holz aus vom kernholz aus ne oder ja außen sieht das alles gleich aus oder ist auch ein unterschied vom baum her haben wir wollen hier oben das weiter wollen dafür brauchte treppen dann gehe ich auch mal versuchen ja ich glaube das ist alles hier akazier und es wird dunkel und macht nichts geht trotzdem weiter hier ist eine wüste das sieht irgendwie anders aus aber es gibt das gleiche hast du genug zu essen mit ja ich habe eichenholz aber das ist es nicht oder doch nein du brauchst dunkle reichenholz genau das ist ja das problem das ist ja schon nach meiner ja wo man das würde irgendwie noch hin die dunkle eiche hier ist wüste weg kann eichen finden da ist ein dorf oder was war ein schreien oder was ist das nicht an der burg gebaut oder was okay wo bist du ungefähr da vorne ist das ein tempel das ist ein tempel hast du siehst das wo ich bin ja ich gehe da mal gerade hin musste aufpassen jeder am besten nicht rein ohne also bleibt am besten draußen stehen und explodiert das meinst nicht ich glaube es kann explodieren meint es ist nicht ein bauwerk von nein es ist ein kolagen von damakasch oder so aber da steht was vor also ist das vielleicht bewohnt okay du bist schon davor oder wo ja ich gehe da jetzt eigentlich rein explodiert sie okay wurde schon entschärft also kann man da nichts mehr raus tun okay und da ist nicht so viele heiße schwarze eiche dann hätte ja sein können tempel für schwarze eiche ich bin in den schwarze eiche wird an jemand diese richtung und hoffe dass ich dann immer wieder nach hause finden aber da ist nur wüste die richtung mal willst du jetzt nach hause ja das links abbiegen ja genau ich wollte jetzt eigentlich gucken dass ich irgendwo noch was hin ich auch irgendwie ist hier nicht so schwarze eiche zu finden wohl ja das ist schlecht da hinten sind zwar wieder bäume und da hört die wüste ab aber oder der baum sieht irgendwie anders aus so von den blättern her vielleicht ist das ja was oder das täuscht auch nur weil es da in dem hintergrund dunkel ist und das ist gar kein baum sondern berg auf dem bäume wachsen unsere kathedrale direkt nebenan bin ich okay ja das gestaltet hier schon schwierig anscheinend hier ist eine höhle ich habe ein leuchtturm gefunden ok das finde ich jetzt interessant oh ja da ist ein leuchtturm ich sehe ihn auch und hier ist ein brunnen so was habe ich jetzt aufgesammelt wieder eichenholz wenn man die ins feuer tut wäre das dann dark oak nee dann wird das eher zur holzkohle aber auch sonst nichts ja wieder eiche ich glaube das hier ist eine u-bahnstation könnte sein ja hier ist die u-bahnstation beim leuchtturm oder wo genau dann gehe ich mal gucken was am leuchtturm ist gehe in der treppe hoch ah da vorne ist der name und wie heißt er ja das reiter ach so ich dachte da wäre ein name an schild beim leuchtturm nee guck mal rechts von dir ich habe den leuchtturm schon gesehen guck mal wie da hoch läuft ja das wirst du ich suche dark oak not white leuchtturm lighthouse oder wie hieß es mhm na warte okay das hier ist fichtenholz im leuchtturm okay und da geht es runter da geht es irgendwo rein in der höhle ja da unten werde ich bestimmt keine eiche finden dunkle hier ist jetzt irgendwie gerade wieder nix außer wüste da gestaltet sich etwas schwierig man muss hier die ganze treppe wieder runter laufen okay mir kommt es vor als ob hier nur noch wüste ist unendliche weiten da vorne ist irgendwas mit turm kleine türmchen und was oranges ah da sind häuser hier geht es in den keller der keller ist bestimmt voller dunkler eichenhälzer voller nichts okay hier sind irgendwelche säulen ist das ein sägewerk oder wie war das hier wo bist du langgegangen äh ja wenn ich das mal wüsste so vom leuchtturm aus so 90 grad zu unserer kirche wahrscheinlich und ja 90 grad ist gut hier sind plantagen jetzt auch nicht das sind da drin kann ich die tür nicht aufmachen ich weiß wo du bist ich glaube ich seh dich da auch ganz in der fernse säge ist doch hier ne ja ist hier gibt's hier da sind birken drinnen und was sind das für bäume da drinnen ich komm da nicht rein oder was eiche da steht eiche ist es dark oak wie krieg ich die tür auf gar nicht ich bin gleich da ach da ist ein schalter ich seh es mach nichts kaputt ne dann krieg ich mecker das weiß ich jetzt schon äh soll ich mal so einen baum grad anzapfen ob der auch der richtige ist warte 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 oder ist das ne automatik farm hier oder so äh klopf drücken mein minecraft reagiert gerade nicht mehr haha ich bin raus du nicht ach so jetzt reagiert mein minecraft wieder das hier ist fichter fichter das hier ist eiche ganz normale eiche aber da stand auch eiche gerade dran das ist birke ja das hier ist eiche ja das ist eiche ok und hier müsste ein schild dran wo fichter dran steht und das hier ist akazien und da vorne da ist es bestimmt dunkle eiche in der village in dem dorf oder kann da sein wo bist du jetzt hier bin an dem garten an den gewächshaus vorbeigelaufen richtung birke weiter ja wo ist hier davon das ist ganz normale eiche das hier wie sieht denn dunkle eiche aus dunkle an der ränder oder was ja ok shit da ist ein dicker baum das ist ein fichter baum oh hier ist eisenbahn hm äh so kompliziert ja denke ich auch bist du schon ne ich bin hoch weiter gegangen ich lauf zu einem werk mit einer treppe drauf oder eisenbahn drauf eisenbahn drauf nicht treppe ja links ist der autoscooter aber ich bin nicht rübergekommen shit autoscooter ja autoscooter ok aber ich will eiche haben hm und das ist unsere kathedrale rohbau von hier aus dahinter fehlt noch was ja hm aber ich wusste nicht dass die strecke so lange welche strecke die eisenbahn genau ja und hier sind keine bäume alle abgeholzt ich muss mit der eisenbahn fahren ich komme doch nicht drum rum hier ist die kampfarena oder was kartbahn oder was war das oder pferderennbahn tja da oben ist das neku oder was ok ja noch habe ich nichts gefunden ne ich auch nicht hier sind überhaupt keine bäume aber ich bin wenigstens schon einmal mit der eisenbahn gefahren ok dahin sind bäume aber sieht auch nicht so aus als ob es das die bäume sind die ich brauche ja und hier ist wüste da wollen wir weiterlaufen da unten gibt es kohle ok da läuft ne lohrer fährt ne lohrer lang ohne jemanden drinnen ja irgendwo in der nähe von irgendwas in der farm ich würde die dann lassen ich würde da nichts anpacken das ist alles automatisiert und sowas ok hier ist was mit holz ne holzpyramide oder was von einem bestimmten eiligtum ich bin bestimmt gleich verflucht so kommen wir vielleicht zurück ja oder wir unterbrechen hier ja und dann machen wir von hier aus gleich weiter in der nächsten folge ok dann würde ich sagen was ist das mit dieser folge recht herzlichen dank fürs zuschauen und wir würden uns freuen wenn ihr beim nächsten mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss 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 Vielen Dank.